Hallo und herzlich Willkommen liebe Kunstfreaks und Art Aficionados. Mir, also das bin ich, Hazel Brugger aus Zürich, einfach damit es möglichst unangenehm ist zum Zuhören. Ich bin heute an der Art Basel bzw. an der Liste, um Ihnen einfach mal ein bisschen zu zeigen, was gut ist. Ich bin hier mit Rob aus England. Er hat uns schöne, töpfernde Sachen mitgebracht. Rob, kannst du uns ein bisschen darüber erzählen, wie du fühlst, während du in Basel und in Zwitschland in general? Ja, ich bin sehr glücklich, dass ich hier bin. Es ist sehr schade, dass es sehr regnet. Ja, ich habe wirklich nichts zu sagen, außer dass es sehr regnet. Es ist viel zu sagen. Okay, also ich werde nicht sagen, ob es in England immer noch etwas regnet. Nein, aber wir haben bereits regnet, also wir kommen hier für etwas anderes. Also, bitte bitte, nicht nur zu sprechen, aber warte, bis ich die Mikrofon in fronte von dir. Warte! Was willst du sagen? Nichts, das war nur ein Test. So, es ist gearbeitet von einem Artisten aus London, called Aaron Angel. Und er machte paintings, walldrawings, und ceramische Sculpte. Und diese sind works, die er seit drei Monaten gemacht hat, in Stuttgart, in Deutschland. und die Musik, in Stuttgart, in Stuttgart, in Stuttgart, und Stuttgart, aber nicht für eine bestimmte, sondern für eine Artiste, die man in Stuttgart findet, in Stuttgart. in Stuttgart. es gibt Toadstöle und Muschröme, Swann. Das ist ein, 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 ich weiß nicht. Wie würdest du die, 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 Das ist wichtig für die Arte, dass sie keine Funktion haben. Um, in den modernen Ceramik, wir oft mit einem wassen, oder mit einem Väser, mit einem wassen, mit einer Verbrauchung. Er ist etwas interessanter bei der Schilderung als Sculptuales. So, sie sind ihre eigenen Objekte, sie haben keinen Sinn, außer dem, was sie sind. Also, du sagst, dass die Funktion der Dysfunktion ist? Ich bin nicht... Es ist alles eine rhetorische Show hier. Es ist nicht... Es ist nicht... Du hast überhaupt nicht geholfen. Ich bin nicht. Es ist alles über die Kameramen. Hallo. Hallo. Ich bin nicht. Ich bin nicht.